Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meine Freunde. Wir schauen uns heute wieder absolut b***te Designs auf Reddit an, beziehungsweise Dinge, wo man sich so denkt, so, hä? An der Stelle kann ich meine Kopfhörer mal wieder ganz dick beiseite legen, weil ich endlich mittlerweile verstanden habe, dass ich, um mir Bilder anzuschauen, keinen Ton brauche. Weil Bilder haben nämlich keinen Ton. Ich würde sagen, meine Freunde, es ist wieder Zeit für meine absolut arschgeile Reaction-Kappe und wir legen sofort los, meine Freunde. Tobi ist wieder ins Internet. Ich kann diese Kappe nicht ernsthaft tragen, Digga, wirklich. Wenn davon irgendwann mal ein Bild von mir im Internet landet, bin ich gef***t. Tobi hat mir netterweise 23 arschgeile Bilder rausgesucht. Ich bin selber nicht in der Lage, die einfachsten Arbeiten zu machen und habe deshalb auch natürlich das Privileg und das Recht, mich hier über andere Leute aufzuregen, ganz klar. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bild an, meine Freunde. Ich bin gespannt, was uns hier heute wieder erwartet. Ich verstehe absolut nicht, warum ihr euch diese Videos immer und immer wieder reinzieht, obwohl es eigentlich jedes Mal das Gleiche ist. Ich auch. Beginnen wir mit Nummer 1, meine Freunde. Wir sehen hier einen wunderschönen Basketballplatz. Ähm, ja, alles klar, okay. Ich meine, an sich ganz cool. Wirklich ein nicer Basketballplatz in so einer Urban Area, mitten im Park, wirklich echt schön eingebracht. Da ist jetzt nur eine Sache, die mir auffällt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch seht, aber hier ist irgendwie diese Ecke. Das Problem erschließt sich mir an der Stelle nicht. Entweder stand da mal ein Haus oder man hat einfach zu wenig Zaun gehabt und hat gesagt, ja gut, müssen wir jetzt irgendein, also in die Ecke, statistisch gesehen, Chef geht in die Ecke beim Basketball eh nie der Ball. Also von daher ist es natürlich dann immer geil, wenn du diese Seite hier spielst, weil du dann tatsächlich ein ganz kleineres Stück einfach nur verteidigen musst. Wenn jetzt hier eine Ecke gefehlt hätte, wäre es actually wahrscheinlich ein komplett neuer Sport gewesen. An sich, arschgeile Nummer. Michael Jordan approved, definitiv. Hier haben wir auf jeden Fall eine Mundmaske von Elsa, meine Freunde. Und oh mein Gott, Alter. Ach du Sch***. Digga, das sieht aus, das sieht aus wie Kelly Mrs. Vlog, wenn sie 400 Big Mac gegessen hat und drei Monate lang Koks genommen hat und komplett aufgedunsen ist. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt Kelly gesagt habe. Irgendeine blonde Frau, die ich kenne, keine Ahnung. Da ist mir Kelly direkt eingefallen. Würde ich auf jeden Fall tragen. Ich fände es eigentlich geil, eine Maske zu haben, die genauso aussieht wie mein Gesicht. Also wenn ich dann draußen angemacht werde, hey, wo ist ihre Maske, ziehe ich die Maske aus und dann ist mein Gesicht aber eine Maske. Versteht ihr, was ich meine? Nö. Ich verstehe mich selber nicht mehr. Ja, absolut geil. Solange sie doch vor Corona schützt, ist doch alles super, oder? Digga, was ist mit Buzz Light hier passiert? Das sieht wirklich, wirklich seltsam aus. Was jetzt hier mit diesem armen Astronauten geschehen ist, will ich jetzt an der Stelle gar nicht wissen. Immerhin hat er hier auf jeden Fall seinen Keuchheitsgürtel an und hat hier unten tatsächlich ein kleines Schloss an seinem Dödel beziehungsweise an seinem riesigen Loch, wo sein Dödel sein sollte. Ist das ein Kaugummi-Automat oder ist das wirklich ein Robot, der der umher fährt? Ich weiß es nicht. Sollte sich dieses Ding tatsächlich bewegen, kann ich verstehen, dass Kinder danach Albträume bekommen, wenn sie in diesem Einkaufszentrum jemals gewesen sind. Ach du Scheiße, Digga. Demons at my local dentist. Ja, auf jeden Fall, Alter. Also das ist wirklich einfach nur geisteskrank. Warum ich... Also diese Gebisse sind ja offensichtlich nachträglich eingesetzt worden. Warum man das getan hat und dass Fische solche Zähne nicht haben... Also man hätte ja wirklich jedes Tier nehmen können, ja? Man hätte jedes Tier... Man hätte sogar von mir aus den Kopf von ApoRed da hinlegen können, als genähten Kopf mit Zähnen. Das wäre actually ein ganz gutes Maskottchen. Das hätte ich irgendwie gerne. Aber warum denn Fische, Digga? Warum Gottverdammte Fische, Mann? Oh, habt ihr das gehört? Ich hab dich richtig aus... Ah, never mind. Wie man echt, du liegst da nackt drin? Du liegst da nackt drin und dein Dick hängt draußen. Dieser Schwan guckt dich so an, so die ganze Zeit. Ich glaube, dafür ist das da. Das ist so ein bisschen judgmental. Also wenn man zu fett ist, guckt der Schwan ein. Der Span, wahrscheinlich Jens Span oder Jens Schwan. Äh, der Span... Ach, ver... Der Schwan, aber nach oben! Der Schwan einen auf jeden Fall hier ziemlich, ziemlich judgend an. Ist letztendlich auch nur ein Tool, um besser abzunehmen. Dass der Kopf da vielleicht verkehrt drum aufgenäht worden ist. Ja, mein Gott, gut. Es gibt Mutationen in der Natur. Was soll man sagen? Oh! Ja, cool. Das ist nice. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit eurem Mountainbike oder irgendwas da lang und brecht euch einfach die Knochen oder die Knöchel, weil hier einfach irgendein Volliduck gesagt hat. Äh, Chef, da muss aber noch ein Hydrant hin. Ah, klar! Wir haben links einen grünen Streifen, wir haben rechts einen grünen Streifen. Ja, dann packen wir den noch mitten auf dem Weg, alle! Was jetzt da wieder der Grund gewesen ist, ist an der Stelle wiederum fraglich. Ich meine, das Rohr wird ja wahrscheinlich... Also man hätte ja... Also man hätte ja hier ein Verbindungsstück hinlegen können oder da, wenn das Rohr so läuft. Oder das Rohr läuft vielleicht sogar so. Ach, ich... Ach, sch... Auf den Kack. Bann den weg. Nächste. Alter! Junge, wenn das jemand an Karneval anhätte, der muss verhaftet werden, Digga. Das ist ein ganz, ganz wildes Kostüm. Also stellt euch mal bitte vor, ich glaube, es wäre wirklich absolut nice, wenn Bankräuber sowas tragen würden bei einem Bankraub. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also stellt euch mal bitte einfach vor, Bankräuber würden wirklich hingehen tatsächlich und mit so einem Kostüm irgendwo einsteigen oder versuchen, irgendwas zu überfallen oder so. Und dann ist das Phantombild literally einfach das hier. Digga, ganz ehrlich, jetzt wo ich das so sehe, ich fühl's. Ähm, watch your step. Ja, ich weiß nicht, ob das... Also, da tun sich jetzt mir direkt mehrere Fragen auf. Erstens, würde der Mann nicht nach hinten oder die Frau oder der Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin, wer auch immer, nach hinten runterkippen und sich den Kopf aufschlagen? Zweitens, warum sieht der Mann oder die Frau oder der Fahrer hier oben aus wie ein Airpod? Drittens, wie ist dieser Kerl überhaupt da hingekommen? Und viertens, warum soll der auf die Stufen achten? Ich meine, das ist ein Rollstuhl... Der... Das ist... Ganz schwieriges Thema. Ja, das sind Stufen. Danke. Ich bin Rollstuhlfahrer. Ich sehe das. Ich weiß, was Stufen sind. Kann ich mir an der Stelle einfach wieder nicht vorstellen, was da passiert ist. Oh, cool. Ja. Mhm. Okay, diese Lampe ist wunderschön und... Digga, die sieht einfach nur absolut bekotzt aus. Also, das ist einfach nur... Wir haben hier eine Designer-Lampe. Ähm, Bro. Sorry, das ist eine Glühbirne. Also, ich sehe jetzt nicht, dass... Diese Glühbirne kostet 4.000 Euro. Ich habe studiert. Ich habe studiert und ich hätte gern was anderes als eine ver... Glühbirne für 4.000 Euro also in ihrem Zimmer. Digga, also ganz ehrlich, manche Lampen... Manche Lampen verstehe ich einfach nicht. Also, wirklich. Wahrscheinlich kostet die noch 30.000 Euro oder sowas. Ich verstehe es nicht, Digga. Aber muss man an der Stelle sagen, schöne Achseln. Ne, Monte? Very nice. Do not disturb. I'm playing all night. Ja, Mann, Digga. All night Gaming Socks. Do not disturb. I'm playing all night, Digga. Ja, das sind scheinbar Socken, die... Also, do not disturb. Warum steht da nicht disturb? Und was ist all night? Und wer... Also... Genau. Nochmal. Wenn das unter den Socken steht, wann komme ich überhaupt dazu zu sehen, was unter einem Socken steht? Socken sind meistens mit der Sohle auf dem Boden. Und this turn und all night ist auch... Ich würde mich über Weihnachten darüber freuen, Mama, Papa. Ihr wisst, was ich will. Ah, schaut mal hier. Hier darf man Fahrrad fahren. Hier ist Fahrrad fahren verboten. Hier darf man Fahrrad fahren. Hier ist Fahrrad fahren verboten. Hier darf man Fahrrad fahren. Hier ist Fahrrad fahren verboten. Muss ich jetzt jedes Mal davon absteigen? Und dann hier... Also, darf ich dann hier nicht drüber gehen als Fußgänger? Sind das Ausfahrten? Und diese Schilder sind ja nie andere. Warum zahlt man für so etwas Steuern? Wer plant so etwas, Digga? Also, wirklich. Es ist Tschechien. Aber wir brauchen jetzt gar nicht so zu tun, wir dummen Deutschen, als hätten wir das Problem hier nicht auch. Oh, Gottes Willen. Da zahl ich gerne meine 50%. Ähm, ein BTS-Muck. Also, so ein Kaffee, so eine Kaffeetasse. Würde ich mir auf jeden Fall in mein Zimmer tun. Im besten Falle tue ich mir das in ein Glas nochmal, in den Kühlschrank und mache da ein bisschen Wasser rein. Damit es aussieht, als hätte ich den Kopf von irgendeinem im Kühlschrank. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Sieht aber so heiß aus, dass ich mir da auf jeden Fall dran die Zunge verbrenne. Ah, haben wir noch Balkon zu Hause. Wir haben Balkon zu Hause. Balkon zu Hause. Wolle, du Trimax hier. Ähm... Immerhin stimmt die Aussicht. Imagine, du bist einfach das Kind deiner Eltern. Moment mal. Imagine, du bist einfach das Kind deiner Eltern. Ja. Und deine Eltern sagen sich so, du warst unartig und ein paar mal Papa wollten eh schon immer einen Kamin haben. Du denkst dir so, was wollt ihr machen, mir die Playstation wegnehmen? Und dein Vater zimmert einfach innerhalb von einem Tag einen Kamin vor dein Zimmer, nimmt deinen Balkon weg und du hast nie wieder Sonnenlicht, bis du irgendwann 18 bist und jämmerlicherweise ausziehen musst. Absolut gerne Nummer. Ich würde es fühlen. Sugar, sugar, rar, 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 rar. Okay, sugar, rar, rar, rar. Das zweite R war dann definitiv notwendig. Auch die verschiedenen Schriftgrößen und alles weitere würde ich mir definitiv in mein Zimmer stellen und davon die Ameisen essen lassen. Lightning Mc Crack. Ja, Racing. Diese Zähne machen einfach sehr viele Sachen, also Zähne machen einfach viele Sachen wirklich seltsam. Stell dir mal vor, Tanzabot hätte ein perfektes Gebiss oder ich. Hier, schaut mal, wie das aussehen würde. Das ist eine Treppe nach unten, klar. Und da ist eine Tür und da geht es in den Keller. Jetzt ist ja nur, also das muss ein Alternativuniversum sein, wo Harry Potter irgendwie bei diesen komischen Dursleys oder sowas verzaubert hat, anderweitig. Also der wohnt ja hier unter der Treppe und der hat sich gedacht, so, f*** mein fetten Onkel Vernon, ich verzauber jetzt hier irgendwas anders. Also anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Yeah, Brawl Sauce. Ich bin Brawl Sauce Co... Oh, oh. Ja, okay. Cool, das ist cool und nice. Ja, das würde ich tragen. Das, das würde... Wisst ihr... Ach. Ja, eine Limette und eine Zitrone von Sprite. Dieses Kind hier nimmt jetzt Heroin, weil es Angst hat. Weil es Angst hat. Aus Angst hat es Heroin genommen. Vor dieser grünen Limette und dieser seltsamen Zitrone, die auch keine Zähne haben sollten. Es gibt einfach Dinge, die keine Zähne haben sollten. Babys zum Beispiel. Wenn ein Baby ein vollständiges Gebiss hätte oder eine gottverdammte Zitrone, dann ist das f***ing terrifying. Das macht mir Angst. Zähne sind nur... Für mich sind eigentlich Zähne. North Crosswalk closed. Use North Crosswalk. Der nördliche Bürgersteig ist gesperrt. Bitte nutzt den nördlichen Bürgersteig. I can he fix it. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesem Mann vertrauen würde. Er ist halb Schnecken, halb Mann, halb Hammerhai. Aber er hat eins. Einen großen Baumeisterkasten. Ja, finde ich gut. Der Mann hat Brüste und herausstehende Augen. So sieht auf jeden Fall mein Traummann aus. Was? Ja, hier haben wir ein Thomas Bett und... Also Thomas die Lokomotive Bett. Und da hat jemand einfach ein Kind in die Hälfte geschnitten und das Kind da reingelegt. Ich. Ah, hier. Behindertenparkplätze. Kardashianparking, weil die ja gerne auf Behinderten... Und das war's an der Stelle glücklicherweise schon wieder, meine Freunde. Wir haben wieder eine Menge Leute kennengelernt beziehungsweise eine Menge Endergebnis von diesen Leuten, die ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Wisst ihr, letztendlich kann ich euch nur folgenden Rat geben. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr lasst mich damit in Ruhe. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ihr könnt auf kostenloser Ehrenbruder Basis ach, halt deine Fresse.